Hallo meine lieben Freunde und Willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale Und ja, wir sind hier mal wieder da Ich hab jetzt ein paar Spiele vorher gespielt, deswegen seht ihr ja auch, dass ich bei 500 Pokalen bin und machen wir Wir machen jetzt noch ein paar Duelle So, und hoffen mal, dass wir jetzt gewinnen Gegen Level 4 war ich wieder Gegen Paul, Paul, Polo Oh, okay, gegen Polo Ja gut, ähm Oh, er setzt Minipicker direkt Und jetzt, wir verkehre Okay, Fireball Dann setze ich jetzt Prinz Setzen wir Skelettarmee Oh, er setzt Baby Dragon Komm 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 Nein Und das ist nur jetzt das, oh scheiße Wir haben ein Problem, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem Minipicker jetzt in die Verteidigung Oh scheiße Oh scheiße, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem We haben ein Problem Oh, scheiße Oh, den Tower holen wir jetzt easy weg Was? Oh scheiße, oh scheiße Nein, nicht rein Skelett Amy und er setzt Baby Dragon So Okay, den Tower können wir gleich mal schon wieder vergessen Ja Der Tower ist down Wir kommen Wir kommen jetzt einfach mal mit dem Prinz Ich hab eigentlich gehofft, dass wir das jetzt schaffen Wir machen das jetzt einfach so So Skelett Amy Wette, er hat Baby Dragon, oder? Komm 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 Ja Nice So, dann versuchen wir jetzt noch das 3-0 irgendwie Interessiert mich nicht Interessiert mich nicht So, genau Zack Wieder 3-1 Das war bis jetzt immer so Häuf bei uns Plus 30 Yay So, dann haben wir jetzt wieder 3 Also, da fehlen uns jetzt nur noch ein Pokal Und dann können wir uns wieder eine Kronentruhe öffnen Mal gucken, was er setzt Mal gucken, was er setzt Oh, er setzt ihn Oh Jetzt direkt Die Jetzt setzen wir die Blup, 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 blup Alle kaputt Komm, jetzt macht noch Na, okay Jetzt nicht mehr Gut Dann halt nicht Zack Dann setzen wir hier den Prinzen Ich glaube, der hat nichts Genau Dann können wir hier noch die da reinsetzen Na, gut Ich glaube, wir gehen direkt auf das 3-0 Entscheint Entscheint sitzt da jetzt nichts mehr Ich glaube, der ist offline So Doch, ne, ist doch nicht offline Jetzt setzen wir den Riesen, komm Ja Ich Oh, scheiße, oh, scheiße Jetzt frisst unser Tower So Zack, Skelette in mich Komm Zack Zack, komm, macht sie fertig Gut 2 von denen haben wir weg So Oh, scheiße, jetzt frisst der aber so Gut Haben wir gerettet Der Tower hat nix mehr Der Tower hat nix mehr Der Tower hat nix mehr Und, oh, der hat da, oh, der hat noch richtig wenig Tower Oh, der hat noch richtig wenig Tower Zack Zack Und den wird dadurch Der hat jetzt nicht ernsthaft'n Spawner-Deck, oder? Falls er das hat Ich hasse ihn Okay, jetzt sitzt da Der hat jetzt da richtig viel gesetzt Das war nur hoffen, so Dann ist jetzt einfach so Und hier haben wir den Prinz Und so, dann müssen wir hoffen Wir hoffen einfach, dass es klappt So Dann macht das mal neu Oh, scheiße, oh, fuck, oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Nein, 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 nein 3 und Prinz Level 5 Level 5 so dann mal gucken, wir machen mal ein Testspiel warte mal oder? Ja ok, das hat schon einer angenommen oh, gegen den Henrik hier gut der ist natürlich viel besser als ich der hat 1026 der ist aber nicht so gut wie mein zweiter Account ok dann setze ich die Level 3 hmm mit einer Valkyrie, Level 2 noch der Prinz setzen jetzt einfach alles drauf der ist jetzt Mini-PK das bringt ihnen sowas von nix oh ja, der Skelett 1 tak lukt mich nicht ok, da setzen die Barbaren ok, wir setzen die, die so, wir gehen jetzt mal kurz auf Verteidigung und oh scheiße damit hat sich nicht gerechnet oh, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich, so so und zwar nur hoff, dass die, ja Gott, die Weikürer hat es noch einigermaßen hingeworben , wo Bogen oh, jetzt setzt da die und machen den Towershort und machen den Towershort ich gehe jetzt einfach auf der Seite durch Er setzt Mini-Picker, ok. Er setzt ein Skelett Amy. Ok, er setzt auch Skelett Amy. Jetzt sehe ich noch Riese. Ehe noch die Kollegen. Ok. Ah, Mini-Feder. Zack. Zack. Gehen dann auf den anderen Tower. Klack, 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 klack. Oh, das war schon wieder das. Wieso passiert das immer, wenn ich aufnehmen will? Und ja, ich mach kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay. Okay. So, und wir sind jetzt hier wieder da. Äh, ja, da später haben wir auf jeden Fall Fall. Ah, ne, gut. Wir können jetzt kurz versuchen nochmal rein zu join. Achso, es geht wahr. Achso. Ja gut. Wir setzen mal direkt Sachen. Irgendwelche sinnlosen Sachen, die er direkt kommt hat. Wir setzen die, zack. Wir setzen die, zack. Kurien. Zack. Wollen wir das so. Plopp, 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 plopp. 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 Plopp, 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 plopp. Gewonnen. So. Oh, 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 oh. Er hat Bibi-Bang. Gut gut. Komm. Ja, er kriegt nicht den Tower down. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.